Kipassa, Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge Stoffland Fluss. Wir ballern los. Es geht. Baller lo, 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 los. Kennst du das noch? Meadow, wo sind die Meadow-Fans? Hashtag Meadow in die Kommentare. Weißt du, worauf ich bis heute sehr stolz bin? Ja. Ich hab mir das Lied nicht einmal angehört. Das solltest du tun. Ich kenn das nur aus so Memes und aus sowas, was du machst, dass das manche so… Alla lo, lo, lo. Genau. Ich hab eine Reaction dazu gemacht. Der hat über 100.000 Klicks bekommen auf YouTube. Hab bist du schön auf seinen Namen geritten. Ja, hab ihn schön ausgenutzt, den Meadow. Nein, Mann. Auf jeden Fall heiße ich euch herzlich willkommen zu dem besten Fitness-Format des Universums. Stoffland Fluss. Ich habe viele coole Fragen vorbereitet, die der Mike gleich beantworten kann. Deswegen dreh jetzt bitte am Rad. Yes. Es wird spannend. Na komm. Was haben wir da? Und wir starten mit einer Landfrage. Trainings und Annie Rolf. Wie knapp. Es war knapp. Wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Stoff. In letzter Zeit sehr mau. Verbessert sich die Leistung im Training, wenn man Bandagen, Zughilfen oder anderes Equipment verwendet? Ja, definitiv. Also wir müssen natürlich immer so ein bisschen unterscheiden, was und welche Leistung. Bandagen, Schrägstrich von mir aus, auch Stulpen. Für die Knie zum Beispiel sorgen definitiv dafür, dass du mehr Gewicht bewegen kannst, weil die so ein bisschen federn. Kniestabilität generell kann auch dafür sorgen, dass du mehr Gewicht bewegen kannst, weil du stabiler bist. Das ist schon mal super. Schauen wir uns jetzt Handgelenkbandagen an. Können die deine Handgelenke stabilisieren? Was auch dazu führen kann, dass du schweres Gewicht effektiver drücken kannst, ohne dass du verwackelst zum Beispiel. Also auch hier ganz klar nützlich. Zughilfen, absoluter Klassiker. Werden im Endeffekt vielleicht sogar erstmal dafür sorgen, dass du weniger Gewicht per se bewegst. Das ist jetzt schockierend. Deswegen, ich habe ja trotzdem gesagt, das stimmt. Und ich stehe auch dazu, weil es so ist, dass du deinen Unterarm halt komplett ausklammerst. Das heißt, warum du Zughilfen hauptsächlich hast, ist, weil du, klar, man sagt, man hat keine Griffkraft mehr, aber es ist auch der Sinn der Sache, die Griffkraft ein bisschen rauszunehmen, weil diese Bewegung ist Arbeit des Unterarmes. Und wenn du das irgendwie neutralisieren kannst, dann hast du weniger Unterarm, ziehst mehr über den Rücken. Dadurch ziehst du ohne die Unterstützung des Unterarms, was vielleicht erstmal weniger Arbeitsgewicht bedeutet. Langfristig kommt das aber wieder. Und du ziehst vor allem mehr nur aus dem Rücken. Das möchtest du ja eigentlich auch. Deswegen ist das immer ein Vorteil in meinen Augen, wenn man Hilfsmittel wie diese benutzt. Okay, gut. Benutzt du selber oft sowas im Training? Ja. Also ich trainiere Rücken komplett oder alles, was Pull ist, komplett mit Zughilfen eigentlich. Ja. Alles. Weil ich auch hier und da, vor allem jetzt, da ich ein bisschen länger schon relativ trocken bin, habe ich so hier und da ein paar Wehwehchen einfach, wo ich merke, mein Verschleiß ist etwas höher, deswegen muss ich aufpassen. Und da nehme ich halt zum Beispiel so Sachen wie dieses starke Greifen, nehme ich mir gezielt durch Zughilfen raus und kann dadurch viel effizienter am Zielmuskel arbeiten. Es gibt ja unendlich Sachen, was man da alles so verwenden kann. Es gibt diese Fat Grips oder wie die heißen, dass die Stange einfach so dicker wird, mäßig. Keine Ahnung. Aber ich muss da ehrlich sagen, ich habe damit noch nicht viel gemacht. Aber keine Ahnung, kein Bock, weiß nicht. Kein Bock, wenn man es nicht braucht, warum? Aber ich glaube schon, dass ich dadurch wahrscheinlich mehr Leistung, Progress und so. Auf jeden Fall. Vielleicht probiere ich es auch nochmal. Zughilfen würde ich dir zumindest mal ans Herz legen. Okay. Ist nicht viel Aufwand, bringt viel, kannst bei jeder Rückenübung benutzen. Ist geil. Gut, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wer von euch nichts benutzt oder was ihr benutzt. Sehr schön. Dann können wir noch einmal drehen, bitte. Zweimal sogar noch. Das war ein Stoffdreher. Warten wir es ab. Und wir haben endlich mal Stoff. Schön. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal gestopft und hast du es kurz danach bereut, damit angefangen zu haben? Oder hättest du lieber schon viel früher damit anfangen sollen? Ja. Ich finde es schwierig zu definieren, wann man von Stoffen spricht. Ich habe ja eine sehr turbulente Zeit gehabt als Jugendlicher, Tatsache. Und da ist es auch mal passiert, dass mir sowas in die Hände gefallen ist, weil mir hat jemand Geld geschuldet. Und dann hatte derjenige, ich glaube es war Testo am Start, und hatte mir das dann einfach geschenkt. Nee, es war die Annabole. Wie auch immer. Also es war einmal was zum Spritzen und einmal was zum Schlucken war es damals. So rum. Und ich habe das dann beides einfach gut, glaube ich, erstmal reingehauen, weil ich dachte, geil will ich haben. Und das habe ich dann, glaube ich, so ein paar Wochen gemacht und dann habe ich es wieder sein lassen. Also das heißt, ich wusste damals überhaupt nichts davon. Aufklärung, so wie es es jetzt gibt, gab es nicht. Und ich dachte, geil, probiere ich aus. Ich habe auch was gespürt, also ich fand es geil. Aber ich habe es dann relativ schnell wieder sein lassen, weil ich halt auch irgendwie dachte, ich brauche das nicht unbedingt. Und das ist jetzt auch ein Riesenaufwand, das immer so zu machen. Und dann war ich erstmal durch mit dem Thema. Und man kann dann so sagen, dass ich richtig mit Stoffen angefangen habe, erst so mit 27. Und das würde ich im Nachhinein betrachtet für meine Zwecke und alles, was ich mache, nicht früher machen. Also ich bin zufrieden damit, wie es gelaufen ist, weil im Nachhinein hat sich ja auch herausgestellt, ich will kein Profi-Bodybuilder werden. Ich muss mit Bodybuilding, will mit Bodybuilding selbst als Wettkampf-Bodybuilder kein Geld verdienen. Wenn man das alles als Prämisse setzen würde, hätte ich wohl schon mit 20 anfangen und dann on bleiben müssen. Aber so glaube ich einfach, dass ich verhältnismäßig einen Vorteil habe, weil ich relativ spät angefangen habe, auch Verschleiß in der Form auf meinen Körper auszuüben. Und auch dann relativ schnell, nachdem ich ein paar Jahre echt wild unterwegs war, die Kurve gekriegt habe durch mein Wissen und jetzt im klügeren Rahmen ausprobiere. Und deswegen ist das, glaube ich, genau so richtig verlaufen. Okay. Das erste Mal war natürlich Schwachsinn. Das hätte man sich sparen können in jeglicher Hinsicht. So fangen aber, glaube ich, auch die meisten Leute an, dass die einfach irgendwas machen, nicht richtig überlegt, ohne richtige Anleitung. Einfach erstmal machen und dann gucken, was passiert. Ja, definitiv. Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Du darfst bitte nochmal drehen. Und wir haben schon wieder eine Stofffrage. Dit läuft ja richtig rund hier. Wie genau werden Diuretiker im Bodybuilding eingesetzt? Also eigentlich werden Diuretiker im Bodybuilding nur im Zuge einer Wettkampfdiät eingesetzt, wobei es verschiedene Formen von Diuretiker gibt. Das heißt, wir haben oftmals Schleifendiuretiker, die zum Beispiel auch Kalium mit rausspülen, was ich für sehr bedenklich halte, die ich auch grundsätzlich nicht verwende. Also bei mir gibt es das nicht. Die werden meistens schon etwas früher mit eingeschlichen und sollen dann schrittweise einfach alles rausdrücken, wodurch man tatsächlich relativ große Schwierigkeiten bekommen kann mit seinem Körper. Denn man sollte halt immer aufpassen, dass der Elektrolythaushalt vor allem im Bereich Kalium und Natrium nicht zu sehr durcheinander gebracht wird, weil das lebensgefährlich sein kann. Eher dann wäre es vielleicht klüger mit sogenannten Kaliumsparenden Diuretiker zu arbeiten, denn die, wie der Name schon sagt, behalten das Kalium drinne, spülen aber ansonsten auch Elektrolyte raus. Das heißt, du musst natürlich deine Salzbilanz dann im Auge behalten und dementsprechend Salz zuführen. Diese Diuretiker funktionieren auch wunderbar mit Wasser, das heißt, du solltest in dem Zuge auch immer ein bisschen was trinken, nicht nur damit sie besser spülen, sondern auch damit deine Kohlenhydrate, die du dann in der Regel gleichzeitig zum Aufladen deiner Muskulatur vor dem Wettkampf zu dir nehmen möchtest, auch aufgenommen werden können. Denn nichts zu trinken und viel zu essen und dann zu erwarten, dass das wunderbar in die Muskeln geht, das wird nicht funktionieren. Das ist kontraindikativ. Deswegen sollten Diuretiker, wenn überhaupt, in meinen Augen als Kaliumsparende Diuretiker eingesetzt werden, wenn überhaupt, nur wenn man Verständnis vom Kalium, Natrium und Elektrolythaushalt hat und weiß, welche Gefahren das Ganze birgt. Wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, wie man sich bei Kohlenhydratzufuhr verhält beim Aufladen, das heißt, was ist mit Wasser, was ist mit Salz, was ist mit Krämpfen, wie kann man dagegen, wirken und dann sollte man das tun. Ansonsten würde ich tatsächlich die Finger davon lassen, denn wenn du sehr, sehr, sehr gut diätet bist, dann kannst du auch ohne Diuretiker auf die Bühne. Fakt ist, um hier einfach ehrlich zu sein, meistens wird das so gemacht, wenn du mit einem Diuretikum umgehen kannst und genau weißt, was zu erwarten ist, zum Beispiel mit einem Kaliumsparende Diuretikum. Und dann ist es einfach so, dass du dir selbst sagst, warum soll ich eine Kleinigkeit wie den Wasserhaushalt dem Zufall überlassen? Wenn ich mich entscheiden kann, ob der Athlet mit ein bisschen mehr oder weniger Wasser auf der Bühne steht, dann weiß ich, wovor ich mich entscheide. Und wenn ich zu 100% weiß, was ich tue, dann nehme ich Diuretiker und mache den Athlet komplett trocken. Mache ich. Aber wenn du nicht weißt, was du tust, dann kannst du nicht nur den Look versauen, weil du zu flach wirst zum Beispiel oftmals oder Krämpfe kriegst, sondern du kannst auch dein Leben ernsthaft in Gefahr bringen. Genau dann würde ich das Ganze nicht machen, denn ein falscher Gebrauch und die falsche Handhabe auch zum Beispiel vom Kalium-Natrium-Haushalt kann unter Umständen sogar zu einem tödlichen Herzinfarkt führen. Alles klar. Okay, das war auf jeden Fall sehr interessant, sehr informativ. Die Folge insgesamt fand ich sehr cool. Vielen Dank dafür. Und die letzten Worte gehören dir. Endlich wieder Stoff. Ja, alle haben sich gefreut. Es gibt wieder Stoff. Stoff, Stoff, Stoff. Stoff, wenn ihr dieses Format gut findet, dann kommentiert doch gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare. Wenn ihr es empfehlen wollt, freue ich mich auch. Einfach in die Story packen und mich markieren. Ihr markiert mich ja oftmals von euren morgendlichen Cardio-Sessions oder beim Abendessen. Und da sieht man dann auf dem Tablet oder dem Fernseher, moine Fresse, groß. Habe ich schon immer von geträumt. Meine Fresse im Fernsehen. Ganz toll. Deswegen Dankeschön dafür. Euer Support ist mega nice. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ihr könnt das noch weiter tun, indem ihr ein Abo dalasst oder zum Beispiel die Glocke aktiviert. Oder das Ganze, wie ihr es schon macht, in der Story teilt. Dann sehen das immer mehr Leute. Vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.